Entschuldigung. Als Höhepunkt des Abends bitte ich Maria Johanna II, Hanfkönigin von Port Lajek, um das Einschalten der diesjährigen Festbeleuchtung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist zu hell, das ist zu hell. Oh ja, dunkel ist anders. Es war oben beim Haus, ich schwör's euch. Ich sag's euch doch. Das ist ne ganze Menge Licht. Rufen wir die Polizei und die Air Force, die werden das auch sehen wollen. Lassen wir das doch, gehen wir am besten in den Park zurück. Ich muss mich mit euch unterhalten. Hey, bist du vollkommen bescheuert? Wir müssen zum Haus und Grace retten. Ich weiß, was es mit dem Licht auf sich hat. Kommt mit in den Park. Will das explodieren? Das ist unwahrscheinlich. Geht doch.